Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe letztens zusammen mit Feister und Fabo Roblox gespielt. Und ich weiß, ihr denkt jetzt, was zum Teufel? Aber trust me, es war insane witzig. Fabo, ist alles gut? Äh, was mit Fabo? Leute, guck mal, ist das... Ah, mein Gott, du bist wieder! Fabo ist tot. Und zwar haben wir den Modus Doors gespielt. Das Ganze ist so ein bisschen wie so eine Art kleines Horror-Game in Roblox. Und es ist unfassbar simpel eigentlich. Man muss einfach nur Raum 100 erreichen und immer quasi die nächste Tür finden zum nächsten Raum. Der Twist ist aber, jeder Raum wird immer schwerer und es gibt verschiedene kleine Monster, die uns das Leben schwer machen. Das Ganze war wirklich unfassbar witzig, Freunde. Also, wenn ihr davon mehr gesehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Habt ihr komplett Licht aus? Ja. Ja. Man sieht es ja nicht in der Cam. Bei dir vielleicht. Das ist doch Arsch. Bruder, ich schwöre, ich werde sterben. Na, aber die Sache ist, guck mal, mich hackt die Cam hier halt ab, wenn du dich so umschaust. Aber guck mal, wie fresh ich das Vollzeit anmache. Mach mal. Ey, Feister, hast du mal Feuer? Für ne Kippe? Boah. Boah, das hab ich gebraucht, Mann. Hier passiert doch Safes, oder? Hier sind nicht umsonst diese Fenster, ne? Oh Mann. Hier ist ein Schloss. Ja, stimmt. Hier ist ein Schloss. Oh mein Gott. Da war ne Spinne, Digga. Okay, hier ist, äh, ich hab ne Schlüssel. Da war ne Spinne. Ich hab, ähm, ich hab ne Spinne, äh, nen Schlüssel. Ja, hier ist die Tür, hier. Ja, mach ich mal auf. Oh mein Gott, ihr kleinen Wichser. Ey, Jungs. Digga, ist das krass. Digga, es kann doch nicht sein, dass ich einen Schaden aufmach und mein Headset vibriert. Seid ihr dumm? Fabrik, kann ich nicht ernst nehmen, wenn du hier im Tanktop stehst mit deinem shitty-ass Roblox-Skin. Warum hast du auch... Digga, wir haben auch alle so Schultern so komisch hochgezumacht. Ja, ja. Hey, ich hab ein Bild geklaut. Ich hab... Ich auch. Hey, hier, hier, hier muss ich hin. Wir müssen verteilen. Guck mal, Fabrik, eins muss hier hin. Kann ich denn bei den hier? Ne, meins war da. Meins muss hier hin? Man, seid ihr dumm? Das sind Form, Bro, ihr volle Idioten. Digga, da, Bro. Ja, einer muss das hier nehmen. Nee, einer muss das hier nehmen. Ach so, ja. Digga, wie leid ich mich... Aha. Boah, schön. Das mach ich in meinem Relife-Zimmer auch. Bro, das ist aber geil gemacht. Ja, ja, auf einmal vibriert wieder ganzes Setup. Ja, oder das ist so ein Quiz für einen Grundschüler. Ey, das Bild hier rechts ist das. Wir sind schon echt schlau. Oh, ey, das flackert. Oh, das flackert. Rein in den Schrank. Seid ihr drin? Ich bin drin. Aber wir dürfen nicht zu lange im Schrank sein. Ich geh raus. Genau. Seid ihr doch da? Hey, ich krieg Schaden. Ihr bist in dem Schrank geblieben? Du musst raus aus dem Schrank gehen, Bro. Wie denn? Warte, ich mach mir kurz die Kippe an. Ich kann nix machen. Boah. Alter. Mach mal Feuer an. Boah, da machen wir Jungs. Ja, Jungs. Wir machen unseren kleinen Plan hier. So, das Licht ist aus, Leute. Was machen wir hier? Das Feuer geht aus, irgendwann. Okay, komm weiter. Nein, das sag ich mir, oder? Ey, das Vieh ist hier durchgerannt. Nie. Ha! Hä? Er hat sich hingesneaket und hat Angst bekommen. Ist der dumm? Aber bei mir war so ein Vieh gerade. Ey, da ist so Aura. Hier ist so Aura. Hier ist blau. Ja, lass mal weiter. Ich glaub, das ist nicht gut. Aber wohin denn? Lass weiter, lass weiter, lass weiter. Einfach nächste Tür. Okay, was ist hier? Ganz viel Geld eingesammelt. Oh, ich hab einen Schlüssel, Männer. Tag. Geld. Ich tippe hier ein bisschen auf der Maschine rum. Warte mal, was? Komm, komm. Oh, Chat schreibt, wir brauchen Tabletten, um uns zu heilen. Ich bin low-HB. Habt ihr Tabletten? Omega-3. Da habt ihr was, was nicht Omega-3 ist. Okay, dann... Da wird's schwer. Ist in den Schubladen, okay. Ich hab die Tür aufgemacht. Weiter geht's, oder? Hab mit Tauben geweint. War ein Guru-Kind. Wie ein Wollender Stein. Im daunenwald, Sankt Maria, Für mich. War deinen Abend. Oh mein Gott, dieser Wolf hier. I'm Lali. I'm Lali. I'm Lali. Das bin ich, Leute. Bro. Ich stirb. Oh, hier ist ein Brett. Fabo, hau mal den Kopf gegen. Nein, das ist mein Bauch. Abudz. Abudz, Digga. Okay, ich brauch unbedingt Tabletten, Leute. Ich glaub, ich kann nicht ohne. Aber gibt's nicht eines Bildes von Patrick, wo er so ein Brett am Kopf hat? Ja. Ey, hier ist, ähm, hier ist ein Gemälde, wo nichts ist. Weißt du, ob das was das bedeuten hat? Willst du was hinmalen? Ase im Schneesturm. Ey, ich hab hier den gefunden. Da lagen Pflaster. Ja, aber wo? Hier drin. Ja, gib mir das doch. Ach, du Bastard. Ich bin auch low. Ach, Mann, oh mein Gott. Hier sind ganz viele Schränke. Irgendwie hab ich das Gefühl, es klackert gleich wieder das Licht. Ja, du Opfer. Starker Call, Fabo. Oh, ich bleib' bisschen länger draußen. Wie musst du dich nach einem Monster umgucken? Ey, ich spoilert nicht alles, Chad. Ey, dürft nicht zu lange drin bleiben. Wenn der durchgerannt ist, müssen wir schnell wieder raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Hier hinten, hier hinten geht's weiter. Pff. Hier hat irgendwas pfft gemacht. Ah, ey, Bro, 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 hier ist irgend so ein Vieh bei mir. Was laberst du? Der ja, Retalk? Bist du, also, ne, jetzt ernste Frage unter uns. Bist du verrückt? Verrückt attraktiv. Ne, hier war grad so ein Monster hier. Nein, das kannst du, nein, du meinst, du meinst, ähm, bist du krank ambitioniert. Das ist so geil. Ich hab das letzte Chat erzählt, aber keiner kannte das. Alter. Leute, ich geh nicht vor. Ich geh vor. Ich geh vor. Es ist dunkel, ich seh nix. Perfekte Arsch. Es klopft. Es klopft. Ja, weiter. Der ist da. Ja, Retalk, weißt du, habt ihr das Pskrt? Moin. Ne. Oh, jetzt sind ganz viele Schränke. Ah, mein Gott! Ja, lass mal in einen reingehen, oder? Oder nee, lass mal weiter. Lass mal weiter. Mein Licht geht gleich aus. Okay, schön, hier ist wieder Licht. Ey, Fabo, ist alles gut? Was mit Fabo? Leute. Fabo, guck mal, es wird nicht. Ah, mein Gott, komm wieder! Fabo ist tot. Hast du gesehen, wir haben umgekippt? Ja, ja, hab ich gesehen. Ist das scheiße, Digga. Ist Fabo jetzt komplett tot? Okay, ey, weißt du, hast du Licht noch? Nee, wir können Fabo looten. Hast du nicht? Oh ja, lass das machen. Aber da ist ein Monster direkt im Schrank neben ihm. Oh, warte mal, da kommt irgendwas Blaues. Ich weiß nicht, wie wir da hingehen sollten. Digga, Fabo hat aber auch ein bisschen das. Ich hab ihn glooten, schnell, schnell, schnell. Fabo hat auch ein bisschen tote Reden nicht zu ernst genommen. Ja, ja, Bruder, Oh, du bist muted. Man hat die Fabo auch nicht mehr redet, weil er tot ist, Digga. Wirklich, er denkt, der Bombenass, Bro. Oh, es war gerade rein in den Schrank, oder? Bist du drin? Ich bin zu früh, ich bin zu früh. Ich muss da nochmal kurz raus. Wir sind gegenüber. Guck mich an. Gänse. Ich seh' nicht. Okay, komm, er kommt, er kommt. Okay, der ist raus, schnell, schnell, schnell. Ja, lass schnell durch, lass schnell durch. Oh mein Gott, siehst du das da? Ja, hier ist ja was Blaues. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich darf da nicht hin. Ich hab Damage genommen. Komm zurück. Ich seh' nichts. Ich bin tot, ich bin tot, er wird schiefig, ich bin tot. Na, Bro. Du bist an Aids gestorben. Fuck. Ey, ich kann wiederkommen, ich kann wiederkommen. Mit 30 Kold. Rote reden nicht. Achso, sorry. Wie sauer, er hat das gesagt. Aber kannst du wirklich wiederkommen? Ach, ich hätte das nur... Digga, ich wurde gefickt, oh mein Gott. Ey, Digga, Jungs, ich bin raus. Ich dachte, ich muss 10 Sekunden warten, bis ich wiederbeleben kann. Ich hatte 10 Sekunden Zeit, um mich wiederzubeleben. Aber das kostet echt Geld. Das kostet echt Geld. Oh mein Gott. Es gibt ein Twitter-Code, womit man ein Free Rewise bekommt. Digga, was geht jetzt auf? Aber wo würde man den einlösen? Im Chat hier, oder wie? Ich habe nur nicht geschrien, ich habe mich erschroren. Was passiert jetzt? Digga, da wollt ihr mir sagen, ein 8-Jähriger rastet da nicht aus. Bro, what the fuck? Ihr wollt mir sagen, ein 8-Jähriger kann dieses Spiel spielen, wollt ihr mich tricken? What the fuck? Bro, das ist wirklich krass, was das einfach für so Kinder ist, ne? Digga, ein 6-Jähriger kann das spielen. Das ist so cool gerade. Ja, man, Bruder, wenn es jetzt noch 2 Jahre nach unten gehen, ein 4-Jähriger kann das spielen. Leute, versteht ihr? Ein 2-Jähriger kann das spielen. Weißt du, es geht nicht in die Lauf? Du Eschek. Bro, bist du dumm? Warum lächst du denn in den Arm rein? Ein Embryo, Digga, kann sich da einloggen. Checkt ihr das? Ey, spiel nicht nochmal. Ja, das war geil. Digga, das Ende war so geil, das hat sich so clean angefühlt. Ich sag, wir schaffen Level 50. Fabo, du musst da nochmal rein. Nein, Digga. Okay, ich hab ein Code. Geht einfach 5b ein. Wo denn? Ey, ich bin mit ganz vielen Leuten in der Lobby. Ich bin hier falsch. Bei Shop. Komm, klick einfach nochmal auf die, auf das Fortnite, auf den Code, auf den Link im... Ich klicke auf das Fortnite. Auf den Link im Discord. Bro's full in Brainrot. Klick auf das Fortnite. Sigma, Ding, Link, Skibidi, Sigma, Digidi, Biggi. Ja, Link, Link. Hier kommt der Link. Dass ich heute den Porsche GT3 gefahren bin und dann gleich, am gleichen Tag, einfach nur eine Stunde später, das hier mache, ist wirklich verrückt. Bist du von Dave gefahren? Ja, ja. Ist das jetzt eins zu eins gleich? Mann, es muss so geil gerade ein Kind... Es muss wirklich so geil sein, gerade ein Kind zu sein. Aber ich glaube, die Gaming-L... Die Kids checken nicht... Bro, was ist das? Ich kann was kaufen, Leute. Ich hatte null Dinger. Digga, soll ich was kaufen? Das steht für 5 Millionen Besuche. Checkt ihr das? Oh mein Gott. Nein, 5 Milliarden, Bro. Ja, wegen 5M, ne? Du voll Depp. Meint ihr, die Kids checken, was die für... Wie gebläst die gerade sind? Nein, auf gar keinen Fall. Ey, hier ist noch nur Raum-Room. Wir haben auch nicht gecheckt, dass wir gebläst, wir waren, als man nicht auf Gommel joinen konnte, Digga. Ey, was muss ich machen, wenn es psst, psst, heißt? Dich umgucken, dann ist da ein Monsterband in der Nähe. Und das muss ich angucken? Ja. Ey, Digga, das hatte ich nie. Okay, lass einfach durchrennen. Ach so. Speedrun. Wir haben gut Pacing, Männer. Schön links, rechts strafen. Für mehr Speed. Oh, was ist das jetzt? Ach so, was ist das? Du nicht anschauen, nicht anschauen, nicht anschauen. Ich will nicht anschauen, Digga. Ich habe voll reingeguckt. Das Ding verschwindet gleich. Ja, lass hier links vorbei. Du warst tot, ne? Ja, ja, ich habe auch ein bisschen Dumpfschwinnung. Hier. Schön. Der ist sauweit schon. Klar, was du. Wir sind an den Gang gelaufen. Nein, aber das ist... Digga, wir haben jetzt schon nichts Ding gesehen. Oh, oh, ey, Jungs, Jungs, Jungs. Schränke zurück, Schränke. Warte mal. Ich sehe keinen, ich sehe keinen Schrank. Das war's, hype vorbei. Ja, ich glaube, das war's für mich. Jungs, bei mir ist es irgendwie dunkel. Ich bin in so einem dunklen Raum. Das war's. Das war's. Ich laufe einfach mal. Au! Ich leb noch. Was hätte ich machen müssen? Ich check's nicht. Hä? Du bist gestorben, an wen du Halt nennst. Was genau soll das heißen? Was genau heißt das? Das ist anscheinend ein ultra-rare-Encounter. Man muss sich ja scheinbar umdrehen. Ah, okay. Man muss weglaufen von denen. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid alle tot, ne? Dann lass nicht den Revive gasten. Erleben wir gerade diese Zeit und du sagst das und du checkst das selber nicht? Ich glaube, wir befinden uns auch gerade in den guten alten Zeiten, ja. Ja, bei Realtalk, ich glaube wirklich, dass wir uns aktuell in den guten alten Zeiten befinden. Ja, komplett. Ich glaube, irgendwann werden wir denken, Digga, wisst ihr noch damals, wo wir einfach so, wir haben einfach Videospiele gespielt, vor dem Living so, irgendwie, keine Ahnung. Wir haben einfach so, man hat einfach so am Samstagabend zum... Du musst mir die Augen schauen, wie er das sagt. Wir haben Samstagabend, das ist einfach gelebt, haben Roblox gezockt mit unseren knackigen U20. Abendchef, bisschen Wasserstuhl, wir brauchen einen Schlüssel. Alien, spin, alien, spin. Hast du Schlüssel oder brauchen wir? Wir brauchen einen. Ich glaube, der war vorne rechts. Mein Besser ist gerade ungünstiges Timing. Wo? Habt ihr ihn? Habt ihr zu sagen, du bist nonchalant? Und was? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Neun, ich bin ja nicht mehr. Was geht hier ab? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Was geht ab? Wo ist der Schlüssel? Wie redest du? Gibt mir die. Werden wir gerade verarscht? Ey, Leute, man, als ob wir jetzt nicht diesen verfickten Buster-Schlüssel finden. Hat den irgendwer von euch schon? Nein. Ist irgendwer im Trollen? Der Gommermode ist aus. Hier ist wieder so Aura. Such mal lieber den Skibit. Das ist ein Hinweis. Ich habe den Schlüssel. Okay, Aura ist ein Hinweis. Du hast so ein Aura-Aura-Farbo. Du hast so ein Aura-Farbo. Oh, Schattefucker. Mach die Fresse und steck den Schlüssel rein. Geil. Können wir auch alle in einen Schrank gehen? Gibt es? Oder muss jeder in einen einzelnen? Ich glaube, jeder muss in einen, oder? Verfickte Scheiße. Der Schrank ist umgefallen. Nee, Retalk, wir müssen jetzt aufheben. Das ist richtig respektlos, dass wir in dieses Random House einbrechen. Und dann den Schrank unten lassen. Fick ich dieses ganze Haus. Lass weiter. Da geht's. Mein Junge, mein Tisch sieht so asozial aus. Ich habe hier einfach... Oh, Achtung, Schrank, 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 Schrank. Hi, mit euch Männer, ich kann euch nicht verlieren. Neeein. Schneller war. Habt ihr irgendwie so... Habt ihr irgendwie eine Tasche schon ab? Nee. Hier, hier, hier. Nein, einfach. Ey, es ist so dunkel. Ey, wenn es jetzt gleich wieder... Ich muss irgendwas angucken, ne? Wenn es pssch macht, dann musst du was angucken, ja. Oben, unten oder nur links, rechts? Oh, Jungs, großer Raum, der sieht gefährlich aus. Alter, ich werde sterben. Ich weiß auch nicht, was ich angucken muss. Wenn, wenn, pssch kommt, musst du das Monster angucken. Okay, der ist angucken. Oh. Oh, nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken. Oh, äh, zurück, 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 zurück. Hier in die Schränke. Warte, warte, warte. Seid ihr drin? Jetzt. Gib die. Schön, 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 weiter geht's. Ich seh nix. Hilfe, Leute. Ich auch nix. Digga. Seid ihr durch die Tür durch, ja oder nein? Ja, ja. Ah, ich seh dich ja. Hallo. Oh, oh, jetzt kommt's auf hier. Okay, nichts passiert. Aha. Das war ich, Bro. Nein, 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 nein. Du musst einfach nur... Hier. Ja. Ey, hier sind diese Monster, ne? Hier ist jetzt... Hier langsam geht's los hier, Freunde. Oh, äh, hier ist dunkel. Was denn? Ne, hier ist er dunkel. Oh, hier ist bei mir, psst. Oh, ist es, ich seh's nicht. Ah, über mich, okay, hab's. Nein, kein psst. Was ist, wenn ich beim psst... Ah! Ah! Oh mein Gott, man muss doch was klicken, ihr Bastarde, ihr Wichser, ihr Aries. Was muss er denn klicken? Mein Gott. Das ist ein Heidegger. Kennt ihr den aus Bonn-Schub, den Fisch? Der Typ, der so... Der Moderator. Ja, ja, stimmt, stimmt. Das ist der beste Carriker in der Bonn-Schub. Ja, ich weiß... Valabila ist flackert, ne? Wie cool fandet ihr diesen Piraten, der, dieser Re-Life-Schauspiel? Ja, ich fand den... Ah, flackert, 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 flackert. Der Pirat war arsch. Oh nein. Ciao, Fabo. Äh, der Pirat-Schauspiel, ich fand den cool eigentlich. Nein, der war mega kacke. Waren voll die Schei... Waren scheiß Folgen. Kennst du auch diese, ähm, so Re-Life-animierte Folge von, äh, Sponschub-Folge, wo der auch dabei war? Diese Weihnachts-Folge. Leute, bitte warten, bitte, bitte. Ja, ich warte hier in einem Licht. Äh, ich hab kein... Ich seh gar kein Licht. Warte, ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Ah, ich seh nichts. Ah, okay, ja, ja. Hier, hier, hier. Oh, Männer, ihr seht so gut aus, ne? Wow. Danke. Danke, Tom. Das seh ich. Oh, Baby. Wir müssen wieder Schlüssel finden. Hopp, 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 hopp. Weiter geht's. Ey, kann man sich unterm Bett auch verstecken oder ist das verarschen? Ja, kann man. Kinder verarschen. Oh, oh, Jungs, 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 ey. Hey, fuck it! In den Schrank, in den Schrank. Warte. Schwab, wo kommst du? In das Bett? Ich bin unterm Bett. Okay, okay, ich bin safe. Kommt hier. Ey, hier sind so hässliche Augen. Ja, die kannst du anschauen. Äh, kurze Frage, ist das nicht die M oder W? Wartet kurz. Ähm, W, 15, suche Freunde. Okay. Hast du Anna schon mal an der Möse gedreht? Fragt der Motherfucker. Nee, aber das wird deine Schwester. Aber das wird deine Schwester. Ich hab's jetzt. Nein, was war das? Ist einer gestorben von euch? Ist einer tot? Was passiert? Ich hab versucht, die Tür aufzumachen und da kam so ein Monster raus. Aber du bist nicht tot, oder? Ich bin nicht tot. Wie eine Tür, welche Tür? Die hier. Ja, mach auf. Geht nicht. Dann ist das eine Fake-Tür vielleicht. Hier hinten ist noch eine Tür. Hier, 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 Bro. Hier ist noch ein Hinweis. Hier, 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 hier. Digga. Hast du Damage genommen? Ja, ja, so 40%. Warte mal, bevor ihr weitergeht, ganz kurz. Ey, da steht 37 drauf. Du hättest dir das merken können. Wir sind bei 38. Also wir brauchen jetzt die 39 quasi. Du hättest da, du hättest kein Damage stehen müssen. Lass uns das merken am nächsten Mal. Ja, ja, lass dich frei haben. Oh, was jetzt, was jetzt? Los, los, los. Oh, das ist das schon. Oh mein Gott. Kann man sprinten? Kann man sprinten? Oh mein Gott, du musst laufen, 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 laufen. Du kannst auch nicht springen. Alter, er ist so schnell, ne, dieser Eri. Okay, okay, okay. Wir könnten nur schleichen. Digga, das ist ja todesgeil. Ja, das ist komplett geil. What the fuck? Ich bin grad geil. Ich geh links. Links, ich lauf links. Ich auch. Bro, das ist so krass, dass wir das gerade in Rom aufstehen. Ja, genau. Bro, das ist besser als die meisten Horror-Games. Real talk. Jungs, die sind so Arme. Die Arme nicht berühren. Ja, ja. Schön, schön. Seid ihr noch am Leben? Ich glaube, wir haben es. Ja, ja, ja. Lauf noch weiter, lauf noch weiter. Haben wir es? Die Tür ist zu, die Tür ist zu. Ja, ja, ja. Ich dachte, das war nicht mal das Ende. Ich dachte, das war jetzt immer wieder. Egal, let's go. Ich schwöre, ich hatte noch nie so Angst. Schön gemacht, ja. Ey, 46 falsch. Stopp, was? Hat das geklopft? Ja. Halt's Maul. Ich glaube, an dieser Tür da. Fahre, fahre auf. Niemals. Pass auf, dass wir irgendwas tun haben. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir müssen hier einen Schlüssel suchen. 48 sind wir jetzt. Hier, nice. Schön, let's go. Stark, stark, stark. Ey. Nice. Okay, jetzt 49. What the Rizzler? What the flippity, Max Strip, Rob. Okay, neuer Raum. Hier waren wir noch nie. Das hört sich an wie so ein Boss oder so. Hat der den Dino gehört? Ey, der nächste Raum ist 50 halt. Das klingt wie so ein Boss oder so. Kennt ihr diese echten Aufnahmen vom Tyrannosaurus Rex? Nee, aber wusstet ihr, dass die irgendwann rausgefunden haben, dass der doch... Also ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber der Tyrannosaurus Rex sieht doch gar nicht so aus, wie man dachte, oder? Nee, nicht aussehen. Der Sound ist anders. Ey, was machen wir hier, Leute? Gehen wir hier einfach durch? Das ist eine Posttür oder so. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken, was uns passiert, oder? Okay, wartet, hör mir zu. Ich gehe als erster rein und wenn ich sterbe, könnt ihr nachkommen. Okay, gut. Aus Cutscene, yo. Aus Cutscene. Alter, okay. Digga, re-talk, das ist geil, das ist krank geil gemacht. Okay. Achso, wir sind schon drin. Ey, Chitza, wir sollen sneaken. Ja. Was ist, wenn wir laufen? Ich weiß nicht, wonach wir suchen, Männer. Hier hinten läuft der, hier hinten läuft der. Geht doch nicht da hin, wo geht ihr hin? Seid ihr dumm? Oh, hier ist er, hier ist er, bei mir. Ich gehe dahin, wo er nicht ist. Ich bin gleich bei der Aura. Okay, wir müssen irgendwas finden, Männer. Ach, der ist blind. Das ist wie der Warden. Hier ist die Aura. Wir haben ihn noch. Okay, okay. Das ist irgendwie so ein Camcorder. Hast du schon mal... Oder so eine Brotbox mit so fünf... Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Lass mal alle Stupfächer erstmal aufmachen. Wir müssen einen Code eingeben oder so. Code? Was habt ihr hier? Wir müssen irgendein Bücherregal, wo ein Diamant und ein 4 ist. Ah, okay, okay. Also wir müssen Bücher finden, glaube ich. Ja, wir müssen ein Buch finden, wo Diamant und ein 4 ist. Hier ist was? 0, 4. Hier, ich habe was. Ich habe einen Viereck und eine 4. Ja, wir brauchen... Viereck ist 4. Wird das bei euch auch links unten angezeigt? Wird das auch bei euch links unten angezeigt? Links unten. 0, 4. Das war so ein Buch, das hat so ein bisschen geleuchtet. Das habe ich angelabert. Der Erik kommt. Ich habe 3 Ecke und 8. Schön, Bro. Ey, das war es, glaube ich. Aber du musst so blaue Bücher hier sehen. Brauchen wir mehr als das? Wir brauchen halt... Habt noch eins, Männer? X ist 0, X ist 0. Ja. Wie findet man... Hier glitzert was. Ich habe eins. Ja, ja, ne, meinst du uns. Schön, Bro. Äh, Dings ist... Oh, keine Ahnung. Leck mich am Arsch. Ja, wir brauchen... Wir brauchen 5 Eck 4. Oder? Ja, 5 Eck 4. Feister, du hast diesen... Du hast diesen Zettel da. Wie viel brauchen wir denn? Was meinst du? Wir brauchen ein Buch, wo 5 Eck 4 drin ist. Warum denkst du das? Weil da oben ist, da ist so ein, das ist das, dieses Buch gezeichnete Ding und da ist so zwei Seiten offen und da ist ein 5 Eck und eine 4 auf den Seiten. Ah, okay, okay. Nein, 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 das bedeutet, Bro, dass an der ersten Ziffer ist das 5 Eck, also 0. An der zweiten Ziffer ist X, also 0. An der dritten Ziffer ist der Kreis, den haben wir noch nicht. Check. Dann Dreieck und dann Stern. Check, ich verstehe. Wir müssen Stern, Kreis, nein, 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 wir brauchen noch Richtig viel, Bro. Das Beispiel einfach, ich check, das check, check, check. Leute, bitte. Die Musik, ich, mein Schwanz. Was ist mit deinem Schwanz? Ich hab Angst. Aber was passiert da mit deinem Bimmel? Guck mal, hier ist ne runde Erde, der, das Game ist dumm. Hier klopft? Wer klopft, Digga, wer klopft, Mann? Oh, wait, das könnte Timelimit sein. Was Timelimit? Ja, jemand klopft. Weißt du, Teil? Ob das wir uns beeilen müssen, oder was? Ja, ich glaub schon. Hier oben geht's, was auf, der kommt zu uns, sorry, ich hab ausgesehen nicht gesneakt. Oh mein Gott, okay, das hat geklappt. Ey, hier oben sind wir noch mehr, hier oben ist noch mehr. Hier ist noch was, hier ist noch was, ich hab was. Ich hab Kreis gefüllt und weiß. Oh nein, 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 nein. Ich hab nicht, ich auch. Soll ich klatschen? Sollen wir reviven, sollen wir reviven? Lass Revive benutzen, oder? Wir haben den einen Free Revive. Ich weiß nicht. Lass machen, lass machen. Oh, hier ist noch ein Buch, ich hab eins. Oh, es geht nicht, ich kann mich nicht verleben. Bei dem gibt's nicht, glaub ich. Bin ich durch? Alter, eure Köpfe sind weg. Kann man, ich glaub man kann nicht, wir können nicht reviven. Ich glaube, wir müssen warten, bis Fabo das geschafft hat. Ah, okay, Fabo, du musst das solo-carrying jetzt. Was ist denn der Code? Ah ja, oben steht ja sogar, bitte warten, bis es sicher ist. Ja, warte. Du brauchst noch, was brauchst du noch? Du brauchst... Zeig nochmal, zeig nochmal, hast du alles? Zeig nochmal. Du brauchst, ähm... Du brauchst, äh, 5 Eck, hast du. Stern, nee, Stern haben wir noch nicht. Nee, doch, 5 Eck ist 2. Wir haben Stern noch nicht. Stern brauchst du noch, ja, Stern brauchst du noch. Voll ist eins, voll ist eins, voll ist eins. Voll ist ein Buch. Der Link ist auch noch eins, links ist auch noch eins. Stern 6, Stern 6. Okay, geil, dann hast du alle, dann hast du alle. Jetzt muss ich sterben, Fabo. Was muss ich eingeben? Naja, da ist irgendwo ein Schloss halt. Hier links wahrscheinlich, da links, hier links, hier links. Da, da, da. Was ist das erste? Zeig nochmal den Zettel, dann sag ich dir. Der ist grad weit weg. Äh, es ist 2, 0... Warte, warte, nein, nein, zeig den Zettel komplett, bro. Fabo, zeig doch den Zettel komplett, du verfickter Vollidiot. Ja, Mann, ich geb schon mal den 2 0 ein. 2 0 9. Okay, 9 8. Warte mal, sein Arsch ist hier. Was ist Stern? Du hast Stern noch nicht, bro. Wallabina, sein Arsch ist hier. Der geht weg, der geht weg. Du hast doch keinen Stern. Nimm das Buch da, was da ist. Da ist hoffentlich Stern. Stern 1. Okay. Top. 9 8 1, glaub ich. Was du doch am Ende eingeben musst. 2 0 9. 9 8 1? 9 8 1 am Ende. Zeig mir nochmal den Zettel, bro. Also der Kompetentcode ist 2 0 9. Warte mal. Ja, nochmal, zeig nochmal den Zettel. Warte, warte, warte. Okay, geht. 2 0 9 8 1. 2 0 9 8 1. Gut gemacht, Kevin. 2 0 9 8 1. 2 0 9 8 1. Gib eins, schnell. 2 0 9 8 1. Ja, ist doch drin. Ja, dann mach auf. Wie denn? Den Knopf da, da ist der Knopf an der Seite. Oder musst du eh gerückt halten oder so? Er kommt gleich und dann gehe ich nochmal. Du, da ist so ein Button an der Seite gewesen, bro. Rechts unten war so ein Button. Schau mal, ob du den benutzen kannst. Ne, wie denn? Bro, du musst da irgendwas drücken. Ja, jetzt, 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 jetzt. Du kannst durchgehen. Schön. Bleib dich, bleib dich. Geh in Chunk, geh in Chunk, geh in Chunk. Let's go. Hamiss, hamiss, hamiss. Alter. Let's go, ich kann retten. Let's go. Alter. W-Favo. Alter. Oh, schön, Bruder. Schön, Bruder. Oh, sehr, sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. Bruder, wie soll man, Digga? Alter. Geil. Was geht denn da für eine fette Party? Los rein in den Rave, Leute. Oh, mein Gott. Hilfe, Jungs. Da rechts ist irgendwas, was du ehrlichst, ist was, was du nicht einfach... Hola, mi amo el Globlino. Ach so, hier ist ein Shop, hier ist ein Shop. Monsters are everywhere, are trying to get us. This is so trash, dude. Ey, man kann ihn hier rechts halten. Das ist die ewige Nummer eins. Das ist die ewige Nummer eins von Spongebob, Leute. Das ist die ewige Nummer eins. Ja, stimmt, ey. Was kann man machen? Man kann ihn halten. Nichts. Okay, wir können ein Kreuz kaufen, wir können Schlüssel kaufen. Was ist ein Kreuz? Ey, lass uns eine Taschenlappe kaufen, oder? Ich würde mir Medizin kaufen, mit ein bisschen Healen. Ey, ich glaube, das Kreuz gibt uns von Monstern. Das ist so ein... Ich hole Medizin. Ey, du hast es wirklich gekauft. Was ist denn Medizin? Aber wir können es nur einmal kaufen. Ey, ich gebe ihm einen Tipp. Ich gebe ihm Trinkel. Ey, ich habe Taschenlappe geholt. Ich habe ihm 10er Trinkel gegeben, Leute. Ich mache 20. Ey, ich mache auch nochmal. Ich mache 30 draus. Ciao, Jeff. Haus rein. Okay. Soll jetzt wieder gefickt werden. Geil. Hat jemand dieses Kreuz geholt? Oh Gott, es flackert, es flackert. Wir müssen schnell hier rein, wir müssen schnell hier rein, Jungs. Wir müssen schnell in den Raum. Kevin, kommst du? Bin. Bin eh drin. Müssen wir... Ja, rein, 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 rein. Ah, Kreuz wäre zweites Leben gewesen. Oh, das hätten wir uns holen sollen, Jungs. Ich mache Licht an. Stark. Wow, was würden wir ohne dich tun? 61. Wir müssen hier so ein Tor aufmachen. Ich glaube, wir müssen zwei aufmachen. Ich gehe hier links. Ich gehe mit der Taschenlampe. Ich bin ja nicht oben. Digga. Ich gehe mal. Digger. Stimme, das stimmt, lass dich in den Frieden. Digger. 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 Man, Bro, die Taschenlampe ist ja Todesmilch. Die ist gleich schon aufgebraucht. Aber was würden wir hier jetzt ohne Taschenlampe machen? Ja, wir haben keine mehr. Die ist jetzt leer. Hä? Gänsearsch. Hier klopft was, Fabo? Ja, dann dreh dich um. Hier ist eine Tür. Hast du das gerade, Fabo? Oh mein Gott, ich dachte, das war einer im Discord, Digger. Ich hab verloren, ich hab verloren, ich komm nicht wieder raus. Ich bin oben jetzt. Ah mein Gott, hier ist was! Oh mein Gott, hier ist was tot. Bist du wirklich tot? Ne. Hä? Da ist irgendwie Dreck. Nicht schon wieder, ist pssst die ganze Zeit. Oh, was? Mann, Digger, ich denk immer, dieses pssst kommt aus dem Discord, Bro. Ich check das die ganze Zeit nicht. Ey, hier ist alles dunkel, es macht doch nicht mehr Spaß. Ich bin nochmal durch irgendeine Tür gegangen. Pssst, pssst. Pssst, pssst. Pssst, pssst. Pssst. Häh? Röret Tip, war das einer bei euch im Discord? Oh mein Gott, der hat mir Dabaged gemacht. Fuck, ich war zu spät. Ey, ich hör Steps. Psst, gast. War das einer bei euch im Discord? Oder ist hier einer bei mir? Feister war das Toad. Oh feister, du bist ein Bastard. Du Scheißbastard Ich glaube, der Hebel ist bei dir Bei uns ist der nicht Ich bin tot Dann sag das doch, du Opfer Mein Gott, Mann Ich bin hinter euch umgekippt Jetzt geklopft Ich habe den Hebel Fabo, wir können weiter, komm nach oben Fabo Fabo, bist du auch tot? Mann, Digga, Juki Ihr denkt auch im Mong-Ass, Alter Ich warte an der Treppe Oben, 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 komm hoch, komm hoch Ich bin schon oben Digga, Bro denkt auch im Mong-Ass, Digga Ihr darf nicht reden Ey, wenn jetzt was kommt, sind wir gefickt Wir haben nichts zum Was war das, was war das, was war das, was war das? Was war dieses Fabo war das? Ich war das, Digga, weil ich fett bin und schrauben Oh, oh, Achtung, nicht angucken Nicht angucken, nicht angucken Volk, gib mal deinen Traum Tote reden nicht 66 ist die nächste Zahl Ja Fabo, hast du noch ein Revive? Ja Oh, hier ist Heel, glaube ich, oder? Das ist so ein Medikit-Ding Safe gibt's hier Heel Ja, hier gibt's Heel Brauchst du unbedingt Heel? Ja, unbedingt Hier unten, komm Geil, danke, du bist ein Boss Wenn du noch was findest, würde ich auch noch nehmen So Hier ist ein ganz geil Also hier Oh, was ist das? Weiter, weiter, wir müssen uns verstecken, Bro Hey, unterm Bett, unterm Bett, du Eyri Ja? Das geht bei den Betten nicht Lauf, läuf, 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 läuf Geht doch immer in ein Zimmer rein hier links, geht unter Bett Ja, ja, hier, 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 Fabo Hier ist dein Schrank Aber da kommt nichts, oder? Das war so ein Fake-Flattern Ja, da kommt nichts, da kommt nichts Oh, wo bist du? Ein Raum weiter links reingegangen Hallo Servus 69? Oh mein Gott Oh mein Gott,ка Ja, war falsch, ne? Ja, was ist denn fürchtige Tür? Hä? Hier ist ein fetter Strahl Hier ist ein Schüssel? Ja, hier ist der Schüssel, aber den hab ich doch schon Weißt du was, lassst du da so schelmisch? Komm mal mit, hier glaube ich, oder? Ich hab das aus der dritten POV von dir gesehen, wie du da umkippst Ne, das ist verarsche hier Kinder verarsche? Ich glaub schon Hier Ah, hier 68 Zerlo mit Geklopft Bastard Oh, oh, laufen, laufen, laufen Nach hinten aber, oder? Umdrehen, 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 ja Ihr müsst umdrehen, sobald ihr euch entgegenkommt Wie, wie, was müssen wir an? Der kommt nicht irgendwann entgegen und dann müsst ihr euch umdrehen und wegrennen in die Richtung dann wieder Okay Sobald ich das gecheckt hab Hä? Hä? Schon wieder ein Halt gestorben Halt mal die Fresse, halt mal meine Eier Hä, aber müssen wir das nicht so machen? Das hat jeder geschrieben Ich glaub ich hab's richtig gemacht, aber ich war zu langsam oder so Hab ich, hab ich getrollt? Ich weiß nicht, ich hab's, ich hab's jetzt richtig gemacht Ich glaub ich war zu langsam, ansonsten hab ich's richtig gemacht, glaub ich Mann, einer schreibt rein, bist du alt Ey, ich kann reviven, soll ich alleine weiter spielen? Ja Äh, nein Kann ich doch eh nicht reviven da drin Komm Fabo Fabo, Revibe Fabo, 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 Fabo Ja und dann? Aber soll ich wirklich oder was? Ja dann zeigst du uns mal, wie der Hase läuft Digga, ich sterb jetzt denn und schrei Fabo, Fabo Alter Digga, ne Kirschschorle Oh nein, nicht nur das wieder Oh, das ist aber geil, da schaust du Fabo Da schaust du Scheiße, Mann Gib alles, Bro Ey, man kann nicht zufällig in First-Person-Spectation, ne? Weiß nicht Ich glaub hier in Eschek Schön links Nein, links war die Tür, links Oh mein Gott, du bist so ein Opfer Was ist das denn, Digga? Digga, mein Arsch Rechts, rechts, rechts Digga, das ist ein Jumpscare in dem Jumpscare Links Geradeaus Oh mein Gott, Digga Warum hab ich auf Revive gedrückt? Ja, Hunde Digga Digga, Roblox ist halt wirklich gut Ein Jack Jumpscare in Seek Chase ist so 1 zu 7.000 Bruder, das sind so einfach full-on ausgedachte Wahrscheinlichkeiten Hundertprozentig, weiß kein Schmanz Wann hat's grad geflackert oder war ein Trick? Ja, 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 es hat geflackert Da kommt was, du musst dich verstecken Und wie der da immer rausfällt Wie geh ich raus, wie geh ich raus? Du bist doch schon draußen Achso, ne? Da kommt noch einer Fahr mal rein, 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 rein Mann, ne, ich reing dich Bist du tot? Ja Oh fuck, Digga GG Warum kommen da 2? GG I don't know Also was, gibt's, gibt's, gibt's Raum 1000 oder so? Ah, 100 ist Maximum? Müssen wir 100 irgendwann mal schaffen, Leute Ja, aber nicht jetzt, Digga Nicht jetzt Bro, das war aber geil Realtight, das war richtig cool No joke, Roblox hat noch so viele geile Sachen Ja, ja, Mann Das ist ernst gut Bro, geil Ey, das hat richtig Spaß gemacht, Mann Ich, äh, ich wünsch euch einen wundervollen Abend mehr lassen Ey, dir auch, Mann Mach's gut, Mann Ciao, ciao Ciao, ciao